so leute was machen heute heute machen wir uns ein richtiges geiles bradwurst sandwich mit wegen mit käse mit zwiebeln mit bradwurst und wie ich das mache und was wir dazu brauchen das zeige ich euch nach dem intro bleibt dran so leute legen wir los lunch als vorgeheizt machen wir schön ein bisschen öl drauf und dann natürlich schon mal unserem bacon den karten wir jetzt mal so schön aus wir kennen das ganze prozedere wegen geschmack im öl wir packen schon gleich mal unsere zwiebeln mit drauf dann gucken wir mal so leider hatte mich irgendwie meine kamera verlassen auf jeden fall haben wir den ganzen bradwurst quatsch und angebraten mit den zwiebeln dazu jetzt kommt das ding mit dem ring habe ich nur ein gewürzt mit paprika und so weiter und so fort und dann machen wir uns wochen spiegelei extra und auf das spiegelei da packen wir uns schon mal eine scheibe käse drauf wenn das fertig ist bauen wir zusammen hole ich euch wieder mal rein so leute jetzt bauen wir zusammen ich habe zwei angeröstete toastscheiben da machen wir erst mal ach quatsch nie habe ich was vergessen wir mische ketchup senf muster betroffen ja ich wollte jetzt nicht direkt eine pürosauce machen irgendwie macht das jeder ich habe jetzt bloß eine mischung ketchup senf eins zu eins da packen die uns keine käse drauf dann kommt hier unsere aus dem ring ist ein bisschen zu fallen was aber nicht so schlimm ist drauf dann kommt hier unser bradwurst zeug drauf dann eine scheibe käse dann zwiebel und dann unsere spiegel dann und fertig so das wäre ich jetzt weg schnecken ach quatsch ich hab doch noch ein bacon vergessen natürlich kommt noch bacon mit ruf hoffentlich kommen wir mit unseren zehn gramm bleibt pro tag hin so jetzt ist es zu das haben wir jetzt weg stecken leute wenn ich heute mein video gefallen hat hinterlasst ein kostenloses abo das wäre das übelst geilste und nicht wieder von abos zurücktreten leute wer macht ist alles jeder kann das machen was er will macht ihr einen netten kommentar daumen nach oben daumen nach unten schreibt den daumen nach unten warum ja und dann wünsche ich euch einen schönen sonntag jetzt kommt die fliegen das fliegezeug und wir hören uns demnächst und wir hören uns demnächst jetzt Vielen Dank.